Ich würde sagen, bei 25 Likes werde ich das RP releasen, also den Download-Link in die Beschreibung tun. Hey Leute und herzlich willkommen heute zu einer neuen Runde HifesG mit dem Baseplace Hi. Und ja, wir laufen direkt zum Vulkan auf meiner Lieblingsmap Breeze Island 2 und ich hoffe natürlich, dass hier keine Hacker drin sind. Wir hatten ja eben schon genug, unterstrich Werix, hallo Werix. Ich möchte eigentlich ein Abonnent. Ne, ne, aber der hat ein Terra mitgemacht, aber ich glaube nicht, dass der das ist. Der ist ja Z Werix, es sei denn, er hat seinen Namen geändert, hat sich Primern gekauft, würde mich wundern. Ich könnte ein FNS craften. Ach du scheiß Lappen. Alter. Ich habe den letzten Sprung gefällt, ich habe auch ein bisschen Rüstung. Warte, ich kann mir gerade, ach so, du bist das da vorne. Ja. Also ich glaube, ich habe direkt in den Box zu einer Lappen mich. Hau ab. So. Ich habe in diesem Video auch was anzusprechen, aber gleich finde ich erstmal ein bisschen besser equipped bin. Ich will diesen Lick, Khytrex, äh, Side-Tracks oder whatever nehmen. Nehmen, ich will ihn nehmen. Und dann schwitze für seine 238, 238er Drop, u-hacks. Okay, ähm, ja, und zwar in diesem Video, habe ich ja mein allerliebstes RPA drin, äh, und ja, ich habe mir gedacht, ich habe das ja jetzt draußen, und viele haben gesagt, ihnen gefällt das mega. Ja, und einige wollten es auch haben, habe ich ihn per Skype gesendet, und ja, ich habe gedacht, ich release es einfach offiziell. Und, ähm, ja, der Waze spielt ja auch gerade damit, ne? Ja. Und ja, ich finde es eigentlich sehr richtig nice geworden. Klar, gibt es ein paar... Alter. Ich kriege jetzt ein, warte, ich kriege gerade einen neuen. Ich hoffe, der, oh bitte, kannst du mal außerhalb des Vulkans gehen, schnell? Ähm, ja. Außerhalb und dann hinten zum Strand entlang. Hinten nämlich, okay, jetzt geht er wieder in Gegensätze Richtung. Also, wo geht er lang? Hab ihn schon, hab ihn schon. Achso, ja, okay. Okay, na, jetzt habe ich schon mal etwas besser gesagt. Ich bin jetzt unten beim Vulkan drin. Ja, okay. Also, ich habe diesen Gang da gelootet, ne? Achso, okay, gut. Also, ähm, ja, im Gang? Ja. Okay. Ähm, ja, und zwar gibt es halt, ähm, jetzt das RP dann zum Download der Beschreibung, und... Und, aber, dafür natürlich, also, natürlich erst später, wenn ihr natürlich auch etwas gemacht habt. Also, wenn ihr misst, auch, auch, ihr misst, boah, halt, ganz halt. Ähm, okay, ganz ruhig. Ganz ehrlich, man merkt es wieder. Sprachfehler over 9000. Ähm, ich bin einfach immer so hektisch im Video, und ich weiß nicht, manchmal bleibe ich dann nicht mehr ruhig, und... Gut, also, wie gesagt, ähm, ihr müsst für das RP auch natürlich was machen. Also, wenn ihr es haben wollt, müssen tut, tut ihr es nicht, also, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber... Halt's mal! Ich muss mal niemals sagen, okay. Also, ähm, ich würde sagen, bei 25 Likes, ähm, werde ich das RP releasen, also, den Download-Link in die Beschreibung tun, und... Ja, also, ab 25 Likes wird das dann kommen. Ich denke mal, das schafft ihr schon, ihr habt das schon bei meinem 100, ähm, Abo-Special-Ankündigungs-Video geschafft. Und da denke ich mal, schafft ihr das hier locker, vor allem, weil ihr jetzt aktiver geworden seid. Ach! Oh! Ey, wo bist du? Das bist du ja gar nicht. Mich bockt einer von hinten mit der Faust. Und, ich hab ihn einfach gar nicht beachtet, weil ich dachte, das wärst du. Weil du sagtest, du bist unten im Vulkan, komm mal rein. Bist im Vulkan drin, ne? Da kommen gerade welche. Ja, seh, jetzt warte hier. Was hast du für ein Schwert? Äh, Stein. Nein, hier kannst du eins haben, wenn du willst. Ich hab auch einen Stein. Warte. Kannst du mich mal boosten, zu dem Typen. Boost mich? Boost mich? Boost noch mal. Boost noch mal. Los. Komm, ich kriegst du. Warte. Geh mal auf Seite, geh mal auf Seite. Der kann nicht mehr viel haben. Okay, nice. Meiner. Ich kann Eisenschwerden machen, gell? Okay. Ja, gib mir aber auch was ein bisschen rusten und davon ab. Nö. Doch. Ich war erster dort. Bitte. Ich hab ihn aber gekillt. Ja, ich weiß, chill, lass mich aus. Und was hat dir? Ja, was machst du da? Bist du wie nett? Was machst du da? Ja, ich hab ihn auch eine. Dankeschön. Dann darfst du hier noch das haben und ich nehm mir die Eisenhose, ne? Okay. Hast du einen Bogen? Ja, ich hab doch schon einen Helm. Ja, ist mir egal. Achso, ja, kann ich den nehmen. Du hast einen Bogen, gell? Ja, ja, hab ich schon. Ich hab vier Pfeile für dich. Okay, gut. Gib mir die dann gleich erst. Alter. Der ist bei mir mega misplaced. Naja, also wie gesagt, 25 Likes, wenn natürlich, also 25 Likes für das RP, werdet ihr bestimmt schaffen und ja, einfach weil ich Like geil bin und so. Also erst 90. Das ist das Peck ist geil. Ja, das Peck ist geil. Ihr könnt ja auch hier sehen, das ist natürlich das, was ich gerade benutze und ich bin grad am sterben, ich bin grad am sterben. Ja, ich komm, ich komm, ich hab ein Eisenschwert. Pass auf, pass auf, pass auf. Bust du erstmal zurück, du kannst nicht alleine gegen die Kämpfe, hör auf alleine gegen die Kämpfe. Naja, ich, ich will grad raus aus dem Wasser. Komm mit, komm mit. Ich hab ne Idee, wo wir hingehen. Komm mit. Ich muss erstmal raggen, wir schaffen das. Aber, weil wir haben ein gutes Equip, wir schaffen das, aber wir müssen erstmal raggen. War das ein Vierer-Team? Ich glaub dreier. Weil ich hab grad nicht gesehen, wie viele das waren. Du warst da so weit drinnen. Ähm, ich hab nicht mehr viel Food, das ist noch für den Food für mich dann. Warte. Dumme Legs, Alter. Das war nicht gut, dass du das da hingeschwangen hast. Hier. Okay. Danke. Sollte erst noch einer jetzt, komm. Wart, ich kann ein Schwert entscharnen. Ah, hier gibt's keine Entscharnen. Wir müssen jetzt von nicht. Doch, 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 gibt's ne. Ah, ne, aufheifen nicht. Aufkommen ist da einer. Was machst du denn, Alter? Du warst immer vor mich. Den greifen vernünftig an. Nein, 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 nein. Dann kriegst du? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch mal zwei Eisen, wir können noch ein Eisen, ich will für dich machen. Ja, dann mach schnell. Crafty, mach schnell eins. So, Sticks. Warte. Ja, egal, nimm mal Bogen und so für mich raus, ich gehe schnell craften. Ja, mach ich. Sehr nice. Ja, also, ich finde das jetzt nicht, ich hoffe, ich finde das nicht schlimm, wenn ich mal ein paar Likes verlangen, dafür schmeinen. Wenn ihr was haben wollt, dann müsst ihr auch mal ein bisschen dafür arbeiten, ne, kann man sagen, arbeiten. Müsste eine Kleinigkeit, was dafür tun, ich meine, alle dir das Video halt einfach schauen. Kannst du mir ein Bogen geben? Halt die Fresse, nein, Spaß. Äh, hinter dir, er kommt. Lass mir die Kieger ganz mir. So. Äh, Sword Rot. Ähm. Mit FNS. Ich habe mal ganz spannender. Gebe ich dir eins. Och, man, diese Lacks sind schlimm. Ist traurig. So, ich stelle jetzt mal alles auf etwas Performance lower, damit es nicht mehr so leckt. Ich weiß nicht, ob ich dann Bilder von mir nur sind, da war gut. Da ist noch ein bisschen mehr Food, ich habe noch drei Rohre. Ja, ich habe schon, ich habe genug. Torte. Ja, also, wie gesagt, Leute, ähm, ich hoffe, euch macht es halt nichts aus, weil ich meine, es ist ja eine Kleinigkeit und wenn euch das Video gefällt, dann, ihr müsst es ja nicht liken, ich meine halt nur für das RP, wer das haben will, ähm, soll eine Bewertung da anlassen, ein Like. Und, ja, wie gesagt, bei 25 Releas ich das dann. Und, jo, das war es eigentlich. Kann ich dazu sagen. Eine Kartoffel für dich. Und du wolltest mir noch Food geben. Ja, kann ich. Äh. Wie viele Tics machen wir in das FNS? Was? Einfach so, wie es ist, oder? Ja, so wie es ist. Ja, hörst du jetzt 10.000 Tics mehr als, äh, nein, genau. Also, warte, dann musst du das FNS noch austauschen, gib mir mal deins. Nein, passt schon. Ich kann damit eh nicht umgehen. Sicher? Nee, ich gebe den volles, komm. Nee, passt schon. Komm, gib mir. So, ich benutze es dann nicht. Gut, ähm, wie viele Pfeile? Äh, ich hab vier. Gib mir die mal. Wohin, nee, warte, ich kann rechnen. Sicher? Jetzt hast du sechs, ne? Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen. Go. Good luck. Siehst mich eh richtig easy. Nee, nee, nee. Muss nicht sein. Warte, haben wir gleiche Rüstungspunkte, Mann? Wir müssen schon eigentlich, oder? Wie viel hast du? Digga, ich hab, ähm, wir fehlen nur zweieinhalb. Wir fehlen dreieinhalb. Ja, also ich zieh das gleich an wie du, einfach so, fertig. Go. Ja, wir können das. Gut, go. Oh, da kriegt er den... Den Ping-Hit. Den krassen Rot-Hit. Der Ping-Hit würde ich nicht sagen. Ja. Oh, das tat weh. Supi-Wipi so ein bisschen... Ja, natürlich etwas selber. Den... Den Lasse Dragan. Ach, komm. Wie man sieht, dass du das FNS einfach placen willst. Ja, ich wollte's placen und hab's nämlich nicht geplacet. Keine Ahnung, aber... Ich wollte einfach scheinen. Okay, ähm, ich würde mal sagen, das war eine nice Runde. Ähm, war eine ganz coole eigentlich. Ich hab jetzt auch mal auf düster gestellt. Sieht mir besser aus. Dann schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei. Dann würde ich mal sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.